So meine Freunde, ich habe vergessen, gestern ein Intro-Video zu machen zu der Push-Session, die ihr gleich sehen werdet. Ja, ich habe wenig gesprochen dabei, weil es unglaublich heilt in diesem Gym und ja, einfach auf Urlaub mir dahingehend die Übungen zu adaptieren relativ wichtig war. Trotzdem eine sehr gute Push-Einheit gehabt und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es ist wieder mal so eine bisschen Quick-and-Dirty-Einheit und ja, wir sind im Urlaub, wir sind in den letzten Tagen hier, morgen wird nochmal trainiert und übermorgen genauso und dann treten wir schon die Heimreise an. Somit, liebe Freunde, haben wir auch dieses Kapitel in der PrEP erledigt, das heißt, wir waren auf Urlaub, wir haben einen guten Diet-Break gehabt, Makros waren fantastisch, sogar zwei Tage mit richtig Orgen-High-Days und ja, so schaut es aus. Let's go, meine Freunde, viel Spaß beim Video. Let's go, meine Freunde. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.